In diesem Video möchte ich Ihnen die AFM FRITZ!Box 7490 als Multifunktionsgerät für Internet und Telefon für Intellekom IP-Anschluss vorstellen. Die AFM FRITZ!Box 7490 ist nicht umsonst mehrfacher Testsieger geworden oder auch als sehr gut bewertet worden. Sie überzeugt durch viele Funktionen und technischen Fortschritt made in Germany. Viele Kunden haben uns daher gefragt, ob Sie nicht als Alternative zu den Telekom-Sweetport-Routern auch diese FRITZ!Box am Telekom-IP-Anschluss benutzen können. Und die Antwort ist ganz einfach Ja. Dank Routerfreiheit können Sie auch die 7490 am Telekom-Anschluss nutzen. Bei uns als Telekom-Partner halten Sie sogar ein Bundle. Wenn Sie einen neuen Vertrag abschließen, können Sie die Box zum günstigen Preis mitbestellen. Aber jetzt möchte ich zunächst einmal auf die Leistungsfähigkeit der Box eingehen. Zunächst zum Lieferumfang der FRITZ!Box 7490. Wir haben hier zum einen die Box selbst mit im Karton. Dann haben wir hier verschiedene Flyer und eine CD. Ebenfalls dabei zwei Adapter zum Anschluss an Ihren Telefonanschluss, sowie das passende Anschlusskabel, ein Multifunktionskabel für den IP-Anschluss, aber auch für herkömmliche Telefonanschlüsse. Dann mit dabei das Netzkabel und ebenfalls noch mit dabei ein kurzes Netzwerkkabel, um die FRITZ!Box per Kabel mit Ihrem PC oder Laptop zu verbinden. Die AVM FRITZ!Box 7490 verfügt über viele Anschlüsse und Leistungsmerkmale. Auf der Rückseite fangen wir mal hier an. Das ist der DSL-Tel. Das ist quasi die Verbindung zum Telekom-IP-Anschluss. Das wird hier also angeschlossen. Dann nehmen wir hier daneben zwei analoge Ports, zum Beispiel für ein analoges vorhandenes Telefon oder ein Faxgerät. Wenn Sie nicht über diese Stecker verfügen, gibt es hier an der Seite nochmal zwei Anschlüsse für TAE-Stecker. Das sind auch nochmal die beiden analogen Ports, die parallel geschaltet sind. Dann haben wir hier bei der 7490 einen integrierten ISDN-S0. Das heißt, Sie können vorhandene ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlagen mit dieser Box weiterhin betreiben. Die vier gelben Buchsen, das sind Gigabit-Netzwerk-Ports, das heißt also High-Speed-Internet-Schnittstellen. Dann haben wir hier einen USB 3.0-Port. Auch an der Seite der Box ist noch ein weiterer Port. Hier können Sie also USB-Speichergeräte oder Drucker zum Beispiel anschließen, um die Geräte gemeinsam im Netzwerk zu nutzen. Die Box unterstützt unter anderem auch einen Media- oder enthält einen Media-Server, um Musik zum Beispiel im Netzwerk zu streamen. Alles das ist möglich. Und bei Power, da wird natürlich das Netzteil reingesteckt. An der Vorderseite haben wir hier einen DECT-Button. Das heißt, hier können Sie die DECT-Funktion aktivieren, um bis zu sechs schnurlose Telefone direkt mit der Fritzbox als Basis zu verbinden. Da brauchen Sie also keine weitere Basisstation mehr. Das können natürlich Geräte entweder von AVM sein oder von anderen Herstellern, sofern Sie halt den DECT-Standard unterstützen. Die Box hat auch einen Anrufbeantworter integriert und eine Fax-Empfangsmöglichkeit. Das heißt, Sie können sich Sprachnachrichten und Faxe dann per E-Mail weiterleiten lassen. Dann haben wir hier den WLAN- und WPS-Button, um WLAN zu aktivieren. Das wird auch hier unten dann, genauso wie auch die Telefonie, angezeigt, wenn es aktiv ist. Die Box unterstützt alle aktuellen Standards, auch den neuesten WLAN-AC-Standard. Das heißt, bis zu 1300 Emmet pro Sekunde können Sie hier kabellos erreichen. Das Ganze mit Dual-WLAN, das heißt also mit 5 GHz und 2,4 GHz Frequenzband, sind sie simultan aktiv. Also für neuere und ältere Geräte, je nachdem, was die unterstützen. Und zusätzlich auch noch ein Gäste-WLAN, was Sie aktivieren können. Das heißt, Ihre Gäste haben auch Reisbit Internet über die Telekom, kommen aber nicht auf Ihr persönliches Netzwerk drauf. WLAN-Verschlüsselung ist selbstverständlich, damit Sie auch sicher surfen. Und viele weitere Funktionen, die diese Fritzbox unterstützt, von Kindersicherungen über VPN und vieles weitere mehr. Die Installation der Fritzbox 7490 ist ganz einfach am Telekom-IP-Anschluss. Sie nehmen hier dieses Kombikabel, das ist dann auch entsprechend beschriftet. Dieser eine Stecker, wo Fritzbox dran steht, wird dann hier bei der Fritzbox eingesteckt. Und dann hier, die beiden Stecker bräuchte man nur noch bei den älteren Anschlüssen. Bei den IP-basierten Anschlüssen brauchen Sie einfach nur diesen grauen Adapter. Den stecken Sie auf das graue Kabel. Und dann wird dieser Stecker einfach in Ihre vorhandene TAE-Dose gesteckt. Sie brauchen keinen Splitter mehr oder sonstige Geräte. Einfach nur mit diesem Kabel verbinden. Und schon ist die Box einsatzbereit und muss dann nur noch mit Ihren Zugangsdaten der Telekom ausgestattet werden. Alle technischen Details der Fritzbox 7490 finden Sie auch auf unserer Webseite. Dort beraten wir Sie auch gerne online oder telefonisch zu den verschiedenen Angeboten der Telekom, wo Sie diese Box bei uns exklusiv mitbestellen können. Die Box eignet sich zum Beispiel perfekt für den neuen Enter10-TV-Anschluss, also Fernsehen IPTV über Ihre Telekom DSL-Leitung. Schauen Sie einfach mal bei uns vorbei.